Hallo. So viel Waffen ist? So viel Waffen ist? So viel Waffen ist. Waffenhand. Erstmal Madpen, ja? Haha, so. Wollen wir ja nicht ohne den leeren Händen rausgehen. Ja, stimmt. Wieso hab ich mir eben nicht auf einen Madpen geholt? Wirst du so wenige davon? Ne, aber ich hätte nur noch eins nehmen können hier und das nehmen können. Ich hatte eben 27 Leben und habe mich deswegen umgebracht. Wow. Äh, Likor? Wie unnötig war das denn? Ja. Wollen wir es? Oder so, hoffe ich. Multitool. Wollte nicht. Carry. Äh, vor allem mal hier die 1. Äh, Klatsch. War irgendeiner noch nicht gewesen? Ich denke mal, wir waren irgendeiner noch nicht. Ja, aber keine Ahnung. In der 2 waren wir glaube ich schon mal. Ja. Ich war auf jeden Fall schon mal in der 1. Ja, glaub ich auch nicht. Wollte ich ja sagen, dass andere... Ne, doch, hier waren wir schon mal. Das ist nämlich der Boxring. Ja, ich wusste schon mal meinen. Das hast du schon fast gefunden. Ja, du bist einfach gerade vorbei gerannt. Ja, ich dachte immer so, bei den hinteren Sachen ist Erwart. Deswegen glaube ich bin das erste Mal so vorbei. Hm. Alter, was das Ding aufbricht, ey. Hab ich. Aber was ich glaube, was denn nicht... Ach, mit Doppel F geht ja nicht. Ach, Mann. Geht es ja, dass ich dir die gebe, oder? Also selber aufsammeln und die gebe, damit du... Doch. ... dann frei kommst, ne? Ah, ne. Schon bleibt die nicht im Inventar. Die wird dir automatisch dieses Ding geliefert, da. Ja. Ich könnte die aufheben vielleicht. Also wenn du die nicht auf... Wenn du die Depp nicht aufhebst. Ja, genau. Ich möchte die einsammeln dann schon. Dann geht das. Du kannst auch gleich bei Andy 1 abholen. Ja, ich tu gerade einen hier platzen lassen. Nicht ganz so easy. Da. Runter, 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 runter. Oh. Warte, ich zapplasst du ihr. Da krieg ich dein Inventar auch noch mal. Ja. Äh. Äh. Passt. Zack. Ui. Wir haben halt einige sogar. Ja mal rein jetzt! Oh. Drecksding. Du hast doch was durch gewesen. What? Da. What? Du bist 258 Meter weit weg. Guck mal am Eingang halt. Oh, ich bin gelaufen. Ja, ja. Da guck ich mal, dass hier reicht. Das ist nicht sicher. Hä, warte 0 Minuten. Aber das ist nicht aufgezogen oder was? Ja, dann hast du nichts mehr. Ja, oder warum buggy. Ja, das ist ein anderer buggy gewesen. 26 Minuten braucht noch nach 5400 Credits. Ääh, was bringen wir das jetzt hier? Ja. Ich wollte das oder was? Ja. Ja, das war's. Ich hab's gesagt, ich hab's gesagt, ich hab's gesagt. Ich hab's gesagt, ich hab's gesagt. Gut. Oh, das ist ein Scheiß. Hallo, einfach take down. Oh, nö. Ich muss eigentlich noch Plus-Polze haben, ja? Mehr gemeint, als ich müsste. Ja. Du kommst jetzt Geld ausgezahlt. Echt? So 20.000 oder so. Das ist so anders. Entschädigung, dass du Leute töten wolltest. Ja. Weil deswegen verhaftet wurdest, zurecht. Nee. Okay, entschuldige. Ich kann mich da nicht mal dran erinnern. Ja. Ja. So, das Screen jeden Moment. Mhm. Oh, es geht. Ja. 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 Keine Ahnung. Ja. Aber nur ziemlich sicher eigentlich. Ja. Jahrhä. Ja. Ja. Ich dachte so, hä? Warum hab ich grad so Aufzug gehört? Warum geht meiner nicht auf? Jetzt hab ich gleich mit schlechter Oberfrau gegeben, mein Aufzug auf. Aber dann dachte ich so, hä, warum läuft das Spiel da? Moment, mein Oberschmied hier nicht. Guckst du, das ist definitiv mein Schluft, da ist ein Schluft nur dran. Oh, Pad 4. Deine Schuld hat, wenn du Pad 3 sagst. Also ich bin nur Luft, Nico, jetzt so ernsthaft. Hat es sich minimiert oder so? Ist es gequetscht, mir mal unsicher. Hat es sich minimiert. Wo braucht der denn jetzt hier? Ne, mach mal nicht. Guck mal, da steht doch Aegis selber daneben. Okay, ist wohl meins. Nee, was? Meiner, Nico. Was gibt's nicht so schönes an den Quests jetzt? Okay, ich hab keine Ahnung, was man da machen will. Ich hab mal was, schauen aus, was es ist. Ich schere jetzt. Äh, ja. Irgendwas bei Hurston, wenn wir da bei Hurston sind. Nö? Mhm. Wird so traurig. Wo wird Leute kennen? Bist du angenommen? Ja. Ja. 7,5 hab ich noch. Warte ich erstmal. Kann ich jetzt irgendwie sein, dass du von Hattel hier so ein Dach aus dem Quants hat bekommt. Schau mal, ob das Private Property der da passt. Wird, ja. Jetzt ruft, hab ich zu sagen. Ja. Ja. Wo auch immer die jetzt sind. Ich sehe vor allem nichts. Ja. Oh, ich muss mal ganz schön. Wissen Sie, müssen Sie überhaupt den Boden? Ich hab keine Ahnung. Was? Oh echt? Da ist der Boden! Oh mein Gott! Hm. Hier ist ja okay. Sollen wir einfach gucken wie die Turrets? Äh. Ja. Da. Da sind Leute, glaub ich, oder? Nee, Turrets. Freundlich, Turrets. Ruff! Einen Turret weg. Nächste Turret. Bevor die schießen können. Ah, letzte kaputt. Auch kaputt. Die schießen wir auch gar nicht, ne? Ne. Ist noch einer? Da wird keiner mehr angezeigt. Ich glaub wir sind alle weg. Die liefen auch. Ja, ja. Aber wir sind ja keine Kräuterzeit bekommen, was gut ist. Gut. Dann. Dann lad du mal zuerst. Ich hab doch kurz in der Luft. Ich trau den lassen hier noch nicht. Der Turret erweckt. Der Turret obendrauf. Oh, echt. Nein, ich auch steig. Ich mach die weg. So, erstmal Landing Gear deployen. Ist kaputt. Kannst du was? Auf dem Dach von dem Ding. Oh, und ich hab nen Crime Stat. Ja, voll. Jetzt schießen die auf uns auf. 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 Ja, okay. So, dann haben wir sterben. Ist ja alles gut. Hm. So, dann war's wahrscheinlich. Ist das natürlich auch was, das Nikos wir machen sollten. Da war keine da. Das ist so. Das ist so. So, okay. Ey, die geile Sachen machen ist immer gut. Bekommen wir mehr Geld. Und Crime Stat. Was? Also kein Geld abgezogen wird, wenn wir mal ins Gefängnis kommen. So, eigentlich schon. Okay. Ja. Einer Crime Stat. Okay, wir werden mehr bekommen, weil da vielleicht Leute drin sind. Ey, wie muss ich jetzt da rumlaufen? Ich bin echt scheiße gelandet, Niko. Mein Gott. Okay. Aber mir ist der Eingang, ja. Abgrund, ich mein... Ich weiß nämlich wo du bist. Vom Eingang? Im Ding. Gut, okay. Ah ja. Hi. Hi. So, ich hab 300 Schuss. Let's go. Nice. Wir sterben, Niko. Ich probier's. Ey, geil. Aber ihr habt uns beide gerichtet. So. Hinter uns kommt jetzt noch ein Aufnung. Ja. Okay, schön langsam, ja. Ordentlich schwer. Die Ecke hier. Ja, gut. Ist ja immer... Da war jemand neben mir. Weiß nicht mehr anders aus. Was sonst? Ja, stimmt. Ja. Vielleicht irgendwie. Auf keinen Fall. Ich guck auch mal. Ich würd' sagen, ich guck links zu rechts. Okay. Lebt noch. Ja. Rechts noch einer. Muss weg. Hä? Weil der ist bei mir voll in die Decke. Ja, du, ich hab zwei gekillt. Ich stehe da oben. Äh, läuft nur jetzt vor. Ich hab schon drei gekillt. Du hast auch noch was abbekommen. Haha. Ich schau links. Bei der rechts schau ich. Entschuldigung. Oder? Ne. Keine Ahnung. Oh, von rechts. Oh, fuck. Äh, hier war es, ne? Ich hab mich nur ein paar wenige Sekunden gehabt. Von dem. Wo war der? Ich glaub, pinkt er die, äh. Pinkt er dem Ding, glaub ich. Bin mir nicht ganz sicher. Ich ziel rechts daneben. Auf Kölfen dürfen nicht sterben, ne? Äh. Noch vier Leute, ne? Aufpassen. Ach da. Hast du denn nicht tot? Ich hab jetzt... Ey, ich muss kurz ein Bepäck ausrüsten. Nico, bestütze mich kurz, oder? Okay. Ich hab jetzt schon zwei verwendet. Und ich war zweimal fast tot. Was? Oh. Äh. Ja, die haben mir beide... Zwar immer richtig gut reingegeben. Mehr Utility schnell. What? Vom Einsatzcrimestead auf... Auf ein Dreier? Ja, soweit du... Soweit du einen killst, bekommst du ein Dreier. Ich glaub, die geht auch nicht höher. Tatsächlich. Erst wenn du was Schlimmeres machst, als die Leute killen. Okay. Gut. Äh. Warte kurz noch. Okay. Du wirst nicht selten. Und, äh... My friends bin ich ja tot. Sie ist ausgerüstet? Was ist denn das? Gar nicht. Komm mal rein. In den Gruppenmanager. Das haben wir jetzt. Mhm. Äh. Seid ausgerüstet. Also, guck mal die Autos lieber nochmal nach. Sicherheitshalber. Ob du zwei ausgerüstet hast. Mhm. Beim... Schießgefecht hat sie nicht unbedingt, äh... Weil, ja. Eins ist zu wenig. Das stimmt. Das will mir bloß auch falschen Helmen machen. Mal egal. Es stimmt. Weil... Äh... Äh... Zwei Stück. Okay. Warte, ich... Hör mal kurz. Hey, meins. Ja, ich kann mal nach. Ja, ich kann mal nach. Detailschuss. Ich hab richtig gesagt. Leute, die Gegner unten... Oh, Leute. Alles gut. Der... Schießt zwar uns, aber... Schießt nicht. Äh, hier unten. Dann lass ihn mal gerade erschießen. Ich geh von der anderen Seite hier ran. Alter. Schlecks. Alter. Ich hab... Ja, du siehst nicht. Ich hab grad schon geschossen, aber er ist nicht gestorben. Hä? Einzelschuss? Was? Was hast du jetzt gemacht? Äh, V glaub ich. V? Oder? Ja. Ja, das ist durch das andere Modus. Der lässt sich so auf... Es sind drei, glaube ich, Dreierschutz oder so. Genau. Oder das. Lässt sich auf und schießt selber, wie irgendwie viel stärker ist. Ich dachte grad, sowas ist ein Mist los. Und das ist jetzt erst, als ich so erfahren habe. Ja. Und was hast du denn eigentlich getötet? Ja, ja, hab ich. Aber da unten sind locker noch mehr. Auf... Auf jeden Fall ist es komplett anders aufgebaut. Hier gibt es mehrere Etagen. Übrigens auch perfekt, dass ich so... Jetzt gar nicht mehr auf die Umwelt... Also wirklich auf die Gegend geachtet habe. Oh, ja. Wäre ja einer da gewesen, dann... Ja. Er hätte mich easy gekillt. Ja. Ja, gut. Hier ist ziemlich safe. Ja, gut. Ich treffe mich so mega gut. Neeeeee... War ja schon, aber... Guteil. Schiffst doch nicht so schnell wie ne Rüstung. Aber wenn es halt kontaktisch in Deckung gehen, wäre es nicht so gut gewesen. Hm. Vor allem, bis so den Schicksal da ist. Das Problem ist, wenn sie treffen, dann richtig gut. Ja. Und was ist das mit dir? Muss ich überhaupt da gehen, oder? Äh, ja. 222 quasi gerade ich dachte schon da wäre links dürfte sackasse sein ja recht nach rechts ich bin einfach ich habe mir da gar keinen gesehen aber gut okay ich gehe nach rechts hier ich will ihn nicht kennen und auch kein versterben wichtigste den auftrag die kosten wegzubekommen weil wir uns keine zweieinhalb stunden nur drei stunden lang gesessen und mein dann würde ich tatsächlich einfach diskonnecten offen das ja gut ich muss das nicht absetzen weil das glaube ich nicht also auf kv wir machen auch vielleicht mit mir zu veröffentlichen aber nicht mehr machen müssen was ist der arsch alle hatten durch oder so will eigentlich können ich bin sehr nett die binden mich nicht so lass ich ihn dir ne aber nach dem schießen muss ich auf jeden Fall ihn killen ich gehe jetzt hinten durch ich gehe vor gerade ja ne ne ok jetzt rein hier nicht nicht unverteidig werden irgendwo eiert er rum oder kann ihn töten gerne zurück und woanders was ist vor hm gut dann gehe ich nach rechts boah da hat noch nie ein viel konzert gehabt Junge stimmt da hängt ein renter dann mach ihn weg nach links gerannt ist er wenn du dich gesehen hast hab ich dich gesehen ja da wischte er dort äh weiß ich nicht genau da ist er doch oh lol ja da war auch ein 4k ja oh lakker ich habe einen mehr gekillt oh 4 ist voll gut ja aber zu guter Wahl nicht wir haben halt 7000 bekommst du noch einen extra bonus vielleicht weil ich mehr gekillt habe und 4k zu haben so 7k nice ja das ding ist die von uns 30k um goldsert wegzubekommen das hat sich nicht gelohnt das hat sich nicht gelohnt weil ich eigentlich ich will jetzt noch mehr innige Sachen machen einfach mit der Kampf zerteilt ne ich habe jetzt nicht mehr weg mal schauen ich glaube jetzt werden wir selbst von Wachen beschossen und auch von den Stationen ich glaube wir können jetzt nicht mehr landen ja also bei Hurston kann man zum Beispiel nicht mehr landen ja auch bei den ganzen ähm Dings äh Space Sessions da haben alle Geschüsste mit drin außer außer PO glaub doch nicht da kann ich jetzt noch landen mhm uff alter ich töte dich einfach kurz die gut an das ist wahrscheinlich ein Fünfer ja wahrscheinlich ich würde gerne wissen wie das Fünfer wie man lange mal sitzen muss aber irgendwie will ich es auch nicht wissen das stimmt und ich sage dass ich wirklich abdessen muss nee das glaube ich nicht also besonders es gab ja glaube ich kein Update in was das hätte ändern können guter inwiefern ich meine ich kann das verkürzen aber ich glaube nicht ja klar ja ist doch schon so ja das habe ich doch schon mehrmals probiert gehabt man kann es ja absetzen dadurch ja dann ist ja dann ist ja ok wenn du aufhören zu spielen willst du dich erst noch töten lassen? ja wobei mich konstant ist ok äh nein wie geht's nein nicht ach egal gut dann halt einstecken du musst jetzt reinsteigen ja ich glaube das ist jetzt auch ein Korkoppfeld ausgelegt für andere Spieler kompetent ey ja aber es könnte so sein jetzt will ich mich auch eigentlich einfach mal ein 4er Cramestead haben ich will ehrlich noch eine Mission haben noch eine Mission haben wenn wir nicht sterben eine Mission habe ich noch ich schau grad mal mal abheben über das ist hier so ein Schropp bei oben ne glaube ich ein bisschen so ok das könnte sein über das Zeug am Licht über das Zeug am Licht wobei noch mal Sachen werden transportieren äh du musst mal bitte sharen ja ok ey man es klappt nicht dass es ein Kutuk hier benötigt wo ist das ich würde sagen dann hdms admin bei Lobel würdest sagen hinjumpen was näheres gibt's glaub ich nicht Lass mal machen, lass schief gehen. Werder jetzt? Äh... Pick up, ja... Ah, unter den Helden, geil! Erstmal hier rausziehen. Scheiße. Alter, das ist der Sonnenaufgang gerade, Alter. Holy shit, ey! Das ist fisch. Pick up und... Den Sonnenaufgang gegeben, wenn du noch auf der Oberfläche bist. Dann bist du schon... Schon was anderes, aber... Hm... Joa... Die Sonne zwar, aber... Das ist jetzt nicht so mega krass. Nicht unbedingt. Ich bin schon auf über 10.000... Metern Höhe. Okay. Wird nicht durchm Delten durch. Ich bin durch da lang im Gefängnis, da hab ich keinen Bock drauf. Danke. Das stimmt. Und... Wir brauchen noch 5er Comfort. Guck mal, das... Das ist Law, will denken, okay. Wir haben auch vorhin ein paar Zeiten so gejagt, ne? Und wenn wir 5er Comfort haben, kommt ja sogar eine scheiß, äh... hier... Hammerhead. Oh. Oh ja. Also könnte zumindest kommen. Äh... Oh hey. Okay, warte mal. Hier sind... Hier bin ich falsch. 640 Meter. Äh... Meter. Kilometer. Ja geil, Nico. Hallo, ich bin auch da. Nice. Äh... Das... Ich... Oh Gott. Ich glaube, es gibt nichts, was näher ist. Ne. Kontakt. Oh, oh. Oh, Security wahrscheinlich von Hörsten, weil sie direkt in der Landezone. Ja. Was wir abhauen hier. Jo, weg hier. Gas geben. Oh, wir haben auch die Jagde. Scheiß. Hartgas. Alter, 640 Kilometer müssen wir fliegen. Woah. Wo muss ich überhaupt das hin? Warte mal. Nächste Richtung. Danke für mich hinterher. Danke. Dick ab. Ach doch, da geradeaus einfach. Geht nicht völlig, aber... Aber nicht wirklich. Oh, laut... unten ist Security. Hallo. Ich kann ja irgendwie nicht auch schalten. Äh, Nico? Ja? In Kontext sind wir gegenseitig. Ich selber. Du bist mal mit Köln abgeschaltet. Ja. Ja. Jetzt hab ich jetzt... Äh... Könnt ich wieder abwählen? Stich nicht, äh... Tracken. Null. Ja. Hattest du nicht durchgehend die Engels overheaten? Ja, ein bisschen höher fliegen, Nico. Ich flieg einfach nur 600. Ich bin noch zu nah am Planeten. Wie viel fliegst du denn? Äh, 500. Kontakt? Ach, du bist doch wieder. Ja. Haha. Oder? Wofür mich? Ich muss wieder schreien. Ich bin noch viel von vor dir. Ich bin ja... Ach, schon. Ich kriege richtig abwählen. Ja, lass mal lieber. Okay. Aufliegen bitte. Jetzt halt ich mal. Naja. Naja. Ich fliege so ein Quartal runter gerade bei mir. Ja, aber... Du weißt es selber. Ja. Aber ich fliege die Staubwolke jetzt durch oder was? Hey, ich sehe immer noch nichts. Oh, oh. Jetzt muss ich aber mal anhalten. Oh mein Gott. Das ist ja gar keine Wolke. Das ist Boden. Oh mein Gott. Das ist ja gar keine Wolke. Das ist Boden. Oh mein Gott. Scheiße. Das ist sogar recht schön aus. Du bist so ein Gefühl. Offenweise mag. So hörst du. Schade, dass es gerade Nacht ist. Ja? Kann das sein. Oder nebelig. Was nicht auf den Tag oder Nacht ist. Nacht. Wahrscheinlich ja. Auf jeden Fall. Da. Oh. Alter, wie schön es aussieht. Über den Zeug hier und so. Oh, warum ist das Windrad auch? Lol. Wie geil. Ja, ja. Ich warte mal hier im Eingang auf dich. Ja. Voll geil hier eigentlich. So schraubt ihr. Ja. Oh, da hinten ist jetzt alles gegrün mit Bäumen und so. Wollen wir gut da hinlaufen. Aber drüber fliegen zumindest. Ah, da kommst du. Ja, das war gern. Ja. Stecken. Oh, oh. Wahrscheinlich gut. Ja, so. Okay, einfach nur ein Paket. Das ist wahrscheinlich der Kriptiker jetzt. Wahrscheinlich der auskommt. Hm. Ich dachte irgendwie was cooles. Ja. Ja. Doch was cooles. Äh, der Key halt. Ähm. Wie ist das jetzt wenn du den... Bekommst du den auch wieder? Nicht letztes Mal. Das musst du dich nicht killen. Das wäre echt scheiße. Unteraufgabe. Äh, schauen mal. Ich werde einfach mal in der Hand bald. Wird auch welche sonst mit euch am besten. Ja. Ja. Mach mal. Huh. Was ist denn hier? Was machen wir da? Ja. Und das ist ja das. Ja, das kann durchaus sein, ja. Wollte ich jetzt auch mit den Bäumen händen. Wollen schon die Bäume halten, ne? Krass, wurde da weg, ja. Auf zum selber den Ablenk. So, kann ich direkt hin, schon? Einfach... Wahrscheinlich. Ja. Aber irgendwie Arial. Wieso steht Arial? Na, irgendwie darf ich dir okay, warte mal. Vielleicht darf ich dir direkt, war schon da. Also am meisten mal so Ablenk, wenn wir dir an, anschaltet wieder zum Beispiel. Hey Liko, komm mal in Port. Oh nein, ich spieg kurz mal weiter, ne? Vollkommen bei uns ein Gegner wahrscheinlich. Ich hoffe, du kommst die immer mit dir an. Ich kann nicht hinjumpen aktuell noch. Ja, ich spieg weiter. Jetzt darf ich. Ja, aber das Harbour. Ja, wird wohl da sein, okay. Was? Ja, ich flieg auch in die vollkommen verkehrte Richtung, okay. Äh, das Crypto-Krie nochmal ne... Oh nein, Niko? Ja? Hast du die Crypto-Krie fallen lassen, wo du an den Raumschiff eingestiegen bist? Äh, was? Hast du die Crypto-Krie fallen lassen, wo du an den Raumschiff eingestiegen bist? Das... Weil ich habe mich mal eine Crypto-Krie 51.000 Kilometer entfernt. Das könnte vielleicht sein. Hm. Crypto-Krie. Ja, schein es. Man wird ja kein Macker sein. Muss ja. Ja, nice. Dann... Fliegen wir nochmal zurück. Ja, ich warte hier, wenn du okay bist. Wow. Okay. Ach so. Ja, das kann aber dauern. Warum? Scheiße. Ja. Ja. Ne. 600 Kilometer Matze. Alter, nicht unser Ernst. Alter. Alter. So, ich bin... So ziemlich da... Ja, kannst du schon mal einsammeln, das Zeug. Jupp. Zehn Kilometer. Da hat man sich mal ins Lamentar rein. Ob du kannst das irgendwie nochmal nehmen. Also, jetzt nochmal testen, weil du es gestoert hast. Du hast das Rücken, den kannst du nochmal... Stimmt. Warte, mach ich gern. Ja, du Fernandrott. Mhm. Vielleicht nicht richtig ist. Warte, jetzt wird er gesagt. Soll ich mal... Bremsen? Ja, passt. Ui. Jo. Okay. Kann ich aufklatschen? Nee, bin ich so glücklich. Hm? Ich leine die Entfernung gerade nicht mehr, weil dein Name leger ist. Wie belastend. Na gut, hab ich ein bisschen den Boden gestriffen, aber hey. Langer Sinn. Genau, nur das Stream. Kilometer. So. Hier soll er liegen. Äh... Das... Das ist jetzt problematisch. Liegt kein Key. Ja... Vielleicht doch momentan. Einfach die ganze Zeit schon. Das wär... Sau lustig... Sau fail. Äh, ich guck mach. Da... Multidings... Bei... No... Weiß ich nicht. Ich leide nix. Schade, geh mal hier so'n... 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 Ja... So'n... 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 Seh' hat's Seh'n... Geht nicht. So'n... So'n... So'ne... So'n So'n... Hmhm... Vielleicht kommt da noch einer raus, Schramm Ey Jungs, wir brauchen neun, wir haben den verschlampt, tut mir leid Muss keiner klar passieren Ah komisch, kommt nicht raus Tja Ja gut, dann müssen wir uns entweder neun holen Oder die müssen wir noch brechen Wie hast du denn hier geparkt, alter? Was ist das Landigier? Hä? Er ist vielleicht irgendwas kaputt gegangen Ich bin wohl in die Chance Irgendwo häng ich auf jeden Fall fest Den Haufen wird anscheinend Habt ich gemerkt Na egal, das Landigier ist weg LOL Niko Dass das Landigier abgerissen ist Mit dem Ding gerade eben Ne, es wirkt eigentlich, wie als wäre es nicht komplett ausgefahren Eigentlich Ja richtig, irgendwie Buggy, probier mal zu fixen Jetzt nicht auf den, du willst noch mal einfahren? Ja Keine Maras Kann sein, dass es aber irgendwie hat Nö, ich glaub ich hab das sie kaputt gemacht, Junge Ja, ich glaub das ist irgendwas beim Landen nicht gut gegangen Was anderes sein könnte Ey, mit meinem Schiff, dann ernst? Ich hab übrigens mal gesehen, wo die Raketen bei der Säbe sind Und Ja, da Oh, ist ja Wovon kann ich jetzt hier unten drin sind Wie jetzt beim Bomber Hey Niko, wo war ich denn eigentlich noch? Oh mein Gott Oh Du stirbst Niko, bist du sofort in Äh Was? Hey 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 Niko Ach du schießt nicht Ich dachte du schießt nicht auf Du Ja 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 Ich dachte du, ich hatte auch ein Flugzeug Was ist das? Ich muss nicht dein Schiff ansteigen Was ist das hier Polizei? Oh Oh, Kopfgeldjäger Oh ne Oh ne Oh ne Schnell ins Schiff und dein Schiff Ich bin den killen Schnell Steig ein, los, 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 los Schnell Lass dich doch tatsächlich schnappen Dann bekommt er Geld dafür Ja, wir werden doch einen Feind mit dem haben Hallo, so ist das jetzt hier nicht Ja, gut Das ist auch wieder wahr Ja, ich muss neu joinen Ich bin tot Keine Chance Nein Aber ich muss was an Schiffen Und soll ich was rückschießen Aber Ja, das war Kopfgeldjäger Wir haben halt gutes Kopfgeld auf uns drauf, glaube ich Gehe ich mal von außen Ja Das kann ich mir gut vorstellen Ja, ich mach's nicht mal fragen Können wir uns fehlen können Oh, was muss ich raten? Wir sind jetzt in der Gefängniszelle? Ja Geil Also wir gucken beim Crime Staff Team Wie viel man da ist, bekommt Kommt Dann dritte bin ich jetzt noch Gut Dann kommen wir jetzt gleich Ich darf sogar nochmal joinen Das ist sehr gut Was rausgekommen Oh schade Ich hab noch was Ich hab noch ein Raumschiff Ich muss schon sagen Ey, die fliegt irgendwie vorbei Ich hab gesagt, dass wir eigentlich Mitten im Nirgendwo Warum sollte da jemand hinfliegen? Warum? Ja Wie bist du in der Vier gerade? Ihr habt kein anderer Alter, der ist ja dann auch die 600 Kilometer zwischen Flur Ja klar ist er Alter Und auch zwei Leute sogar Ich hab plötzlich mit alleine aber Keine Ahnung Der Arme ey Der hat heute aber zwei Leute gekillt Direkt auf einmal Vielleicht hat er auch beide angenommen Ich hab gleich die Tür aufgemacht in der Gefängniszelle Und er hat sich nochmal Automatt hingelegt Ha 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 Da hat die Tür aufgemacht gelegen aber Ha 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 So Aber eine Stunde zwanzig war's eh Mal gucken, wie viel die jetzt ist Soll ich hätte mir auf zwei schätzen Ja Oh nein Oh nein Mir mit oder gequasht Mir gequasht Oh man, ich will das jetzt sehen Nein kein Launch-Update Hör ab jetzt Los, Launch Los Nochmal So eine Stunde zwanzig für mich Oder wie? Was? 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 Wie viel? Ähm Was? Was? Drei Tage? Vier Stunden Vierundzwanzig Wicht Okay, Lico Ich dachte wir haben welche Wichtigen Leute ausgestaltet deswegen haben wir mehr Aber komm Vielleicht gehts echt nach Nico, vielleicht gehts nicht nachlands Crime-Set Sondern nach den Taten halt Also was man gemacht hat Wir haben ja mehr Wärmen 36 Ähm Officers umgebraten Wichtige Leute umgebraten Ach du Scheiße Gut Ja jetzt bisschen auf jeden Fall mit SC auf Fünf Freunde Das ist Und zum ersten Mal drei Stunden Zwei Stunden in einem Farben, Junge Um da rauszukommen Hast du auch mal Raumschuhlob zerstört Weil du drin saß Und es erklärt das Was zerstört? Kann auch nicht sein, mein Raumschopfer natürlich noch, aber kann auch nicht sein. Nee... Aber wie viel hab ich denn dann mit dem Crimestead 4, Junge? Du Scheiße! Wenn ich ein Gauss gehabt, dann liegt es nicht am Crimestead, sondern einfach nur an der, auf der man halt gemacht hat. Aber ich glaub, es liegt trotzdem am Crimestead, ich glaub, ich hab ja mehr Leute gekillt, also ist der Crimestead höher. Es gibt halt Crimesteads, aber es gibt halt so Punkte-Systeme, ne, aber bestimmte Punkte-Systeme wird einem höher angezeigt, aber vielleicht war ich vorhin, Anfang Crimestead 3 und du bist jetzt Ende Crimestead 3 gewesen. Weißt du, wie ich meine? Das könnte sein, ja, ja. Das heißt, du hast vier Stunden, glaub ich, wahrscheinlich fünf Stunden, oder sechs, wahrscheinlich alle anfangen, wahrscheinlich nur fünf Stunden. Guck mal, ich schon gerade. Lädt. Aber wie krass ist das denn, bitte? Ach, du bist halt eine richtige Strafe, ne? Also, das stimmt nicht so scheiße eigentlich, aber du musst halt aufpassen, dass du dich mit Thürmer macht, ne? Und mich nicht erwischen lassen. So, jetzt bin ich mal gespannt, ne? Ich schätze mal auf fünf. Fünf und halb. Also, ich sag ganz ehrlich, sechs. Please direct your attention towards the front gates. Po-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho. Was war mehr? Du kannst abbezahlen von 3 Millionen. So gut, dann gibst du doch noch lieber 13.000 aus, um die Kosten wegzubekommen. Vor allem, wenn man Ende einer diesen ist, ist das egal. Aber wenn man drin oder Anfang noch ist, dann gibst man doch lieber 13.000 aus, glaube ich. Und kann dann noch mal ein paar Stunden zocken. Besonders in einer halben Stunde oder sowas kann man das Stock halt wieder verdienen. Also von daher... Alter, 8 Stunden! Was? 8 Stunden... Wahrscheinlich 20 sogar. Ich hab bestimmt 10 Minuten fast wieder gebraucht. Das könnte sein. Vielleicht. Ich hab vor allem 155 gehabt, Junge. Alter. Sind das 20 Stunden oder was? Ah, scheiße. Wahrscheinlich. Ich geh davon aus, dass du 24 Stunden max ist. Geh davon aus, so einen Tag. Vielleicht. Das könnte tatsächlich sein. Wow. Gut, ich würd sagen, wir hören dann erstmal aus. Aus irgendwelchen Gründen. Einzige Möglichkeit wäre, Job 1, das schaffen und mag nicht rein, dass man das abholen soll. Ja. Das wäre die einzige Möglichkeit tatsächlich. Ja. Absolut. Für jetzt. Das ist ja... Ja. Besonders... Alleine ich sitze ja 4 Stunden. Das heißt, in der Zeit würde ich das locker schaffen. Auszubrechen. Also locker. Was von daher... Ja. Wenn dann kurz so 4 Stunden mich dir rausholen ist. Ja. Gut. Ja. Dann war's das für dieses Stream gewesen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zu einem weiteren Stream von Division of Space. Im Gefängnis. Ciao. Na gut. Dasstattelang. Ich bin dran. Da geht's mit ihren und da. Dasstattelang. Ich bin dran. Ich bin dran. Ich bin dran. Vielen Dank.